Louis Pasteur war ein französischer Chemiker. Er war auch ein Mikrobiologe und er ist besonders bekannt für seine Beiträge zur Vorbeugung gegen Infektionskrankheiten, unter anderem durch Impfung. Louis Pasteur lebte von 1822 bis 1895. Er begann seine Karriere auf dem Gebiet der Chemie, aber später wurde er irgendwo inspiriert von anderen Theorien und insbesondere war er derjenige, der vermutet, dass manche Sachen von Mikroorganismus entstanden. Louis Pasteur entwickelte insbesondere die Tollwutimpfung 1883 und er entwickelte die sogenannte Pasteurisation, das heißt die Erhitzung, um Krankheitskeimen zu töten. Pasteur war aber auch jemand, der erkannte, dass nicht nur die Bakterien anderer Krankheitskeime für Infektionskrankheiten verantwortlich sind, sondern er sprach auch vom Milieu und vom Terrain und sagte, dass Milieu und Terrain wichtig sind und wenn die Milieu und Terrain geschwächt sind und die Abwehrkraft des Menschen geschwächt ist, erst dann können Bakterien wirklich wirken. So hat Pasteur sehr stark dafür plädiert, schlechte hygienische Verhältnisse zu verbessern und Menschen gut zu ernähren und das war ihm in seinen späteren Jahren wichtiger als die Bekämpfung der Bakterien selbst. Okay. So. So.